Heute war ein besonderer Tag für alle Schlagerfans, Beatrice Egli und Florian Silbereisen traten gemeinsam auf und begeisterten das Publikum mit ihrer Energie, ihrem Karme und ihrer spürbaren Verbindung. Die Show war ein voller Erfolg, und den Zuschauern hat es sichtlich Spaß gemacht, das Duo zusammen auf der Bühne zu erleben. Doch während der Abend harmonisch und unterhaltsam verlief, kam es am Ende zu einer überraschenden Enthüllung, die niemand erwartet hatte um die für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Von Beginn an war die Stimmung ausgelassen. Beatrice und Florian eröffneten die Show mit einem Duett, das das Publikum sofort mitriss. Ihre Stimmen harmonierten perfekt, und die kleinen Neckereien und Witze zwischen den beiden sorgten immer wieder für Lacher. Es war offensichtlich, dass sie nicht nur beruflich ein eingespieltes Team sind, sondern auch privat eine besondere Verbindung haben. Die Chemie zwischen ihnen war unübersehbar, und das Publikum genoss jede Minute ihrer Performance. Besonders eine Szene blieb den Zuschauern im Gedächtnis, während einer kurzen Gesprächsrunde, in der die beiden über ihre Erfahrungen und die Herausforderungen der letzten Monate sprachen, gab Florian einen Einblick in seine Gedanken. Es ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bekommen – die Karriere, die Freundschaften und die persönlichen Beziehungen. Aber mit der richtigen Person an der Seite schafft man es, die Balance zu halten, sagte er und warf Beatrice dabei einen bedeutungsvollen Blick zu. Das Publikum reagierte mit Applaus und Rufen, die die Andeutung einer tieferen Beziehung zwischen den beiden bejubelten. Im Laufe des Abends traten Beatrice und Florian mehrfach gemeinsam auf, wechselten sich mit Solo-Auftritten ab und schufen eine perfekte Mischung aus emotionalen Momenten und fröhlichen Heiklichts. Die Zuschauer waren begeistert und die Atmosphäre in der Halle war elektrisierend. Doch es war die letzte Nummer des Abends, die für die größte Überraschung sorgte. Nachdem sie ihr letztes Lied gesungen hatten, standen Beatrice und Florian Hand in Hand auf der Bühne, während der Applaus nicht enden wollte. Beatrice ergriff das Wort und sagte lächelnd, es ist immer wieder etwas ganz Besonderes, mit Florian auf der Bühne zu stehen. Wir verstehen uns blind und teilen so viele gemeinsame Momente auf und neben der Bühne. Florian fügte hinzu, das stimmt, Beatrice. Aber heute Abend möchten wir euch noch etwas mitteilen, das wir bisher geheim gehalten haben. Die Spannung im Publikum stieg merklich an. Alle waren gespannt, was nun kommen würde. Florian schaute Beatrice kurz an, dann richtete er sich wieder an die Zuschauer, Beatrice und ich haben in den letzten Monaten viel gemeinsam erlebt und wir haben uns entschieden, einen weiteren Schritt zu wagen, aber nicht in der Artikel wie ihr vielleicht denkt. Ein Raunen ging durch die Menge. Was könnte das bedeuten? Alle erwarteten, dass die beiden endlich ihre Beziehung offiziell bestätigen würden. Doch dann kam die überraschend Wendung, wir haben uns entschieden, zusammen ein Projekt zu starten, das uns sehr am Herzen liegt, erklärte Florian. Es ist kein musikalisches Projekt, sondern etwas, das uns beiden sehr wichtig ist, eine gemeinsame Stiftung, mit der wir Kinder und Familien unterstützen möchten. Beatrice ergänzte, ja, wir wollen unsere Reichweite nutzen und Gutes zu tun, um den Menschen etwas zurückzugeben. Wir haben lange darüber nachgedacht und sind uns sicher, dass das der richtige weg ist. Die Ankündigung einer gemeinsamen Stiftung war das Letzte, was das Publikum erwartet hatte. Viele hatten auf eine romantische Enthüllung gehofft, aber stattdessen zeigten Beatrice und Florian, dass sie ihre Verbindung auf eine andere Weise vertiefen, indem sie gemeinsam Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten möchten. Trotz der unerwarteten Wendung war die Begeisterung im Publikum groß. Die Zuschauer applaudierten lautstark und zeigten, dass sie hinter dem neuen Vorhaben der beiden stehen. Das ist so typisch für Beatrice und Florian, sagte eine Zuschauerin nach der Show. Sie überraschen immer wieder und zeigen, dass es nicht nur um Schobusines geht, sondern auch um das Herz. Die Fans diskutierten nach der Show eifrig weiter. Viele waren beeindruckt von der Reife und dem Angargument, das Beatrice und Florian mit ihrer Entscheidung zeigten. Sie sind wirklich ein Vorbild, schrieb ein Firma auf Sojal Media. Ihre Liebe zeigt sich nicht nur in romantischen Momenten, sondern auch darin, dass sie gemeinsam etwas Gutes tun wollen. Für Florian Silbereisen und Beatrice Egli war dieser Abend nicht nur ein Erfolg auf der Bühne, sondern auch der Startschuss für ein neues gemeinsames Kapitel. Die unerwartete Enthüllung ihrer Stiftung zeigt, dass sie als Team stärker denn je sind nicht nur als Künstler, sondern auch als Menschen, die etwas bewegen möchten. Ihre Fans können sich sicher sein, dass Florian und Beatrice, die diese überraschend Wendung gemeinsam präsentiert haben, nun stärker als je zuvor sind. Ihre Beziehung hat sich als tief und ehlhalber erwiesen, und ihre gemeinsame Zukunft sieht trotz aller Herausforderungen und Erwartungen vielversprechend aus.